Wenn ich Leonhard wäre, würde ich jetzt einfach das Motorrad hier abstellen, dann auf dem Gehweg stellen und einfach rumbrüllen. Oh nein, der macht es wirklich. Los, schnell, bevor die Ampel grün wird. Und einfach rumbrüllen, richtig laut. Boah, meine Ohren sind fast geplatzt. Ich gucke mir einfach 50 Sturz gerade an. Die Omi. Ich höre eine türkische Hochzeit, hört mal. Das ist eine türkische Hochzeit. Einfach Pizzaschieber, Mann. Ja, ich bin einfach Pizzaschieber. Ja, ich bin einfach Pizzaschieber.